Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf unser Ausruf mein Kanal und heute haben wir uns ein kleines Projekt überlegt und der Projekt heißt Winter 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 und wir haben uns auch schon ein paar Sachen geholt also essen und wir werden keinen cheaten ähm vielleicht wird unser Projekt in drei Tage gehen da muss ich halt dafür sorgen dass unser Projekt nicht länger geht und ja wir wollen nicht langschnacken, wollen wir uns auch schon mal ein erstes Haus bauen weil wir spielen mit Schwierigkeitsgrad einfach aber das macht doch schwer, das macht doch krass machen wir das macht du einfach weil ich kann nicht mehr sagen und Leute ähm dieses Projekt heißt Winter und wir werden das einfach ja einfach Winter und so wir wollen uns nicht langschnacken und endlich ein Haus bauen ne da war die da ist ne Truhe drei Truhen, drei Truhen für mich wo wollen wir hingehen hier ist ne Schlucht, warte warte, lass mal dahin ähm was, ich geh mal kurz hin ich hab eben ne Schlucht gesehen, das war es als ich wollen wir ein zusammen Haus bauen oder klar wieder einzeln, Jochen ah hier ist ne Schlucht ne als ob wir kommen jetzt darüber keine Ahnung ein Wachchen Haus bauen ist was? äh und dann ist das Projekt für Ender wir wollen halt versuchen gegen Ender Dragon oder so zu kämpfen ja, wir sind halt einfach alle Erfolge nein, die Idee ist nicht geklaut Winter, also Winter ist halt ein ganz neues YouTube Projekt wo wir eigentlich ganz viele Leute mitmachen und bei uns ist halt so, wir machen das so das nur wir beide das Projekt machen oder vielleicht noch andere Freunde von uns aber wir wollen erstmal alleine beginnen weil keiner irgendwie Bock dazu hatte wo wir gar keine gefragt haben eigentlich das ist ein Line-Zauber, den hoste ich und wir haben auch beide OP aber wir benutzen halt keine OP ja zum Notfall halt oder wenn wir ein Special machen ich will alles weg springen warum Clown? Inventar ist natürlich auch so eingestellt, dass man sterben kann und dass die Sachen verlieren das Inventar ist so eingestellt und letztlich nötig Komplett verhauen ich hab grad voll, das ist gesprach, mich wieder runter mit dem komm wieder, komm runter hier, das ist ein Axt dann warte muss ich kurz heute bauen so, wir wollen so ein richtig schönes Fichtenholz bauen äh, ja, heute so richtig schönes Fichten bauen ja, ne, Fichtenhol, Haus oh, alle hier sind richtig viele Sitzler weil wir Team Blacks sind, wollen wir auch natürlich hier sein und wir wollen uns natürlich auch aus Weizen und so ein Dach bauen vielleicht da soll ich direkt mal Weizen anbauen ja, gut, aber wir müssen wissen, wo unser Haus hin soll ey, lass doch einfach hier so an der Schlucht ja, aber nicht in der Schlucht, sondern ein bisschen weiter oh, da ist ein Strand, hier ist ein Strand äh, am Strand? ja, hier ist ein Strand ich nehm mal kurz unser Crash dem Bench mit ja, gut, da ist am Strand müssen wir ein bisschen Terraform, also, also hier, diese Ebene hier wegmachen so, nur, wir bauen einfach dann so hier, dann bauen wir so einen kleinen Steg ins Wasser okay, können wir auch machen guck mal, mh, der ist groß jetzt, Frau Röwe, ich weiß genau so lang wie mein, hast du gerade den Block unter mir abgebaut das ist ja, ja roll einfach hier hin äh, okay, bestes Format ever, wir bauen nur, ja, Holz nur Holz ja, erstmal wollen wir natürlich nur Bäumer bauen und unser Projekt wird so lange gehen, wie wir halt Lust haben ja, und lange überhaupt unser Server standhalten kann so, mein Server hat bisher gesagt und, ja warte ich mal aus Grundgerüst ja, okay, so als ob du klein willst dann bauen der Eingang erstmal ich baue vielleicht noch nach links oder nach rechts sorry der Eingang muss viel kleiner nein, wir wollen noch einen Seiten oder was haben du siehst du keine du möchtest keine Tür haben, oder? doch Tür machen wir so, warte guck, so die Tür sind halt mega hässlich hier und dann machen wir an der Seite vielleicht Glas oder so du hast auch voll falsch platziert ja, ich weiß, es ist immer so die werden immer sehr falsch platziert ey mach ich selber falsch ich hab's auch falsch gesetzt ja, super so so jetzt Bohm, warte äh, wie komm ich da hoch so mach bitte drei hoch oder vier okay weil das, das ist, äh das hat Opa gesagt immer okay und wieso? weil du so in den Kopf stößt und die so und bist und die so bei den Wiener Frank und wie so das musste nicht fahren das weiß ich ja selber nicht und wie so als Mauer schlussland und wie so hatte Kette Knaller Frauen eine Folge und wie so und wie so und haben wir wollen übrigens unser Haus noch aufs Wasser bauen und da ich mir überhaupt kein Bock drauf an wir gar nicht gesagt ja aber ich hätte es beschlossen ich bin mal hier schnell ist doch nicht und wie so und ein noch nicht so Oho Boxel wir wollen das so machen dass wir nach links bauen also wir wollen erst mal hier das kannst du ruhig so an der Seite hier zu machen das kann man auch alles noch mal abbauen dann machst du so dann bauen wir nämlich hier so ein Grundgerüst aus Wasser damit wir so ein Wasserhaus haben wo damit so ein ganz klein mini stieg so ist und so ist es ist dann dieser hier ist dann dieser Eingang hat man hier so einen kleinen Flur und dann hier aufs Wasser bauen wir dann das Haus das richtige also muss jeder Eingang führen dann hast du drei Kisten weil ich doch drei Kisten ist auch nahe weil wir uns einfach kannst jetzt haben wir drei Treppen geboten und wie sie so weißt und warte ich denke ich schon mal hatte ich mit dem Akkurs um Stein fahren und für das Reiz zu bekommen dann kannst du nämlich schon mal dann weiterbauen er soll schon auf dem Wasser beginnen um ja also das Grundgerüst soll ich das machen das Grundgerüst machen immer vier Blöcke weit oder ich würde nutzen ich habe kein Problem die ich bin um die Pläne zeigen immer noch mal zum Beweis nicht ja das ist das Plan wird wenn du willst ja was machen ich habe auch schon Pläne eingefügt zum Beispiel ich habe müssen sie die Pläne eingefügt weil es erst ein CDB zu machen Worte Serge den die Pläne das ist sogar gleich das Ende von der ersten Folge was nein oder das 15 Minuten aus dem Scheiß das Mob nein aber ich kann nur 15 Minuten aufnehmen oder 10 das 15 wir machen werden Fortsetzung ja Fortsetzung wir machen nachher noch eine wir laden immer eine die Pläne um 15 ok da haben wir eine um 16 Uhr und eine um 12 Uhr hoch ja dann machen wir schon mal Vorproduktion äh ok so mehr wir heute schaffen umso besser ist es aber ich lade zuerst dann die Videos hoch und dann machen wir die neun nach dem Video wir könnten müssen wir das eigentlich mal besprechen aber wir machen schon vorher ja jetzt mach erst mal die Folge bevor du ganz noch unsere ganzen Pläne machst so dann wollen wir jetzt die Folge zu Ende machen oder mit 15 Monaten dann kannst du nämlich hier schon mal die Spitze mit ihr halte dann würde ich uns nämlich schon mal Eisen die ich wünsche mir stein mehr wollen stein 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 ich bin untergefallen ich wollte gerade ich dachte ihnen gerade wie schwingt Skywars aber was was ist was ist war ich warum denkst du wie schwingt Skywars sie in meiner Art sie definitiv 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 neid angerotzt wegen dir nachtel ist Kohle äh äh wollen wir nicht eine Fassade auch machen klar wir machen alles Leute äh weißt du überhaupt was eine Fassade ist nö grad nicht um ehrlich zu sein nein ich brauche mich jetzt nicht zu kohle kannst du hier machen und weil ich nehme auf der hinten ist cool auch scheiß bin runtergefallen auch scheiß bin ich runtergefallen oh scheiß bin ich schon wieder runtergefallen oh scheiß bin ich noch runtergefallen aber eben bin ich wirklich zu mir da gefallen sein man kann nur einmal ein Leben runterfallen und du bist schon ein guter Hörner bist du einmal hingefallen und zwar auf die Friste als du geboren wurdest deswegen hey nein deswegen her nein deswegen her nein deswegen bilder das schwere hey mama wenn du das hier siehst abonniere ihn abonniere ihn abonniere ihn creeper ja küsst ihn sein Ton ne item wei im micraft weiß halt das kennen nur die büller die das seit der ersten version mic ach dein bläser ist er ist es ist leise sein mach jetzt sein Ton aus naja 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 okay mach ich mal mein Ton aus naja Prozent Nein hat er jetzt nicht hat er nicht gesagt das holt ich kann was zu essen da hast du auch ich tun nur nein und Korb weil die Siedler Projekt ist überhaupt nicht im Scheitern der ist noch ein Krieg bei uns ist eine Krühe hätte doch wieder lieber Vanilla gemacht das Aua Arsch zeich bin ich überlacht dich aus mit in die Schrauben dann möchte ich ihn nicht kann an alle Edgars Fans Edgars Todes essen wir ihn gerade, er hat echt viel Fleisch dabei warum sagst du mir das mal an, ich hab keinen Bock selber zu kommentieren ja ich muss gerade Mops töten und wir können schnell mal neben mich mit der Aufnahme aufhören und das ist auch immer mit den ersten Parten gewesen sein ich hab ich und er ist im Aufmerksamkeit ist ja alles voll ich hab heute hat die erste Aufnahme gefallen von unserem Projekt Winter Ah Creeper Lauf ich hab die erste Folge von gefallen und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann müsst ihr einfach nur abonnieren und ein Like da lassen und dann machen wir schon die nächsten Folgen hau da rein Leute, ciao wow